hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge nethercraft. ziel ist es in den nether vordringen zu können. dazu müssen wir uns aber erst mal dem mineshaft hier widmen. wovon habe ich am wenigsten hiervon. das brauche ich nicht. könnte natürlich hier lang. oder wir gucken, was denn hier so noch da ist. warum habe ich das zugebaut? weil es hier weiter geht. ich höre einen enderman. dass ich einen enderman höre, geführt mir nicht um. ähm, ja. hier ist ne fackel. ähm, nein. hier hab ich grad gesetzt. diese entitäten gefallen mir nicht. es sieht so aus, als ob hier irgendwo was ist. zum beispiel creeper. oder ähnliches. mhm. hier ist nix. hier ist auch nichts. außer kohle natürlich. mhm. hier könnte es weiter gehen. das schauen wir uns allerdings nicht heute an. sondern ein anderes mal. wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen, äh, kohle. oh. kohleärz gefällt mich. kohleärz gefällt mich. ähm. ich weiß, ich bin blöd, weil ich nur eine picke dabei habe. aber egal. hier war allerdings kein iron. äh. hier war allerdings kein iron. äh. nö. mhm. dann. würde ich sagen. hier haben wir auch kohle. hier haben wir kohle. ähm. ja. hier ist eisen. hätte ich mal lieber das abgebaut. rrrr. natürlich habe ich nichts dabei zum craften. kann nämlich nichts craften. ähm. hätte ich mal lieber ein bisschen holz mitgenommen. ähm. oh. da sind schienen. können wir die. ohne bedenken abbauen. wahrscheinlich nicht. ich lass erstmal die fliege davon. ähm. ja. nein. da lauf ich mich schon. wo wollte ich denn jetzt lang? in enderman. da wollte ich lang. ähm. wir haben in der letzten folge. redstone und so ein Zeug gefunden. das ist schon mal gut. so können wir pistens und ähnliches craften. ähm. hier sollte auch irgendwo ein sumpf. höchstwahrscheinlich sein. also sie sollte hier wird. hoffentlich doch in der näher ein sumpf sein. hm. okay. du hast keinen beruf. ähm. wir können von mir aus arbeiten wie ihr wollt. ich brauche allerdings eine neue picke. ähm. hab ich denn hier irgendwo. holz. und sticks. ähm. ich. nehme mal. das hier. und ein bisschen. äh. picken. so. das dürfte eigentlich reichen. äh. die kohle. die kommt hier rein. und die sticks auch. das auch. äh. das brauchen wir. äh. du kommst dahin. du kommst hier hin. äh. du gehst. und du bleibst. so. ähm. ja. wir machen fortschritte. tatsächlich. hm. wir haben nur noch vier fackeln. das ist nicht schlimm. wir holen uns jetzt das stück iron da. und hoffen dass es mehr als ein stück ist. hier ist irgendwo eine spinne. und es könnte tatsächlich auch sein dass hier irgendwo was spawnen kann. deshalb setze ich da mal ne fackel. wo war jetzt das stück eisen? das war hier doch irgendwo. halt. das war hier. oh. hier ist mehr als eins. das ist gut. ja. hier ist tatsächlich mehr als ein drin. als ich. äh. gehofft hatte. mehr scheint hier aber nicht drin zu sein. kein eisen. äh. mehr eisen haben wir hier. tatsächlich nicht. nicht. das ist unsere. könntest du vielleicht sterben. danke. hat sie uns was gegeben. nope. böse. böse. ganz böse. ähm. das war unsere letzte fackel. trotzdem können wir hier die schienen. ab. minen. würde ich sagen. dafür wir uns nicht zu weit hier rein wagen. so. wir gehen wieder. hm. hier ist kohle. brauchen wir jetzt nicht. hier unten sind noch schien. die. nein. da sind wir zu viele mobs. nein. 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 äh. ja. ich. brauche einen hin. heißt. ich gehe wieder. nach oben. und sollte vielleicht mal ein bisschen. zurück aus dem inbetal entfernen. so. um. es ist noch tag. das ist gut. hm. wir brauchen also unbedingt noch mehr fackeln. nervig aber ist leider so. ähm. ähm. könntest du vielleicht. verschwinde dich. oh nein. jetzt kommt der iron golem. egal. äh. wir haben hier drei eisen. und. den rest eisen. und. kommen wir. in die axt mal dafür. ähm. für eisen. fünf. fünf. eisen. äh. nein. das wird nicht reichen. wir brauchen die sticks dafür. ich nehme ganz gerne sticks. äh. das wird nicht reichen. so. ein iron brauchen wir. und zwar dieses hier. um uns einen äh. um uns einen äh. eisen helm zu craften. iron boots würde ich jetzt nicht haben. äh. am liebsten hätte ich ganz gerne. eine chest plate. aber. die äh. holen wir uns später. so. was können wir uns jetzt noch craften. nix. aus dem eisen. äh. nö. aus diesem eisen können wir uns. nichts craften. nichts. aber wir brauchen eine chest. die hier oben ist. äh. ein stück hölz. könnten wir denn. ja. tatsächlich können wir das. wir können ein stück holz. nein. nicht crafting table. nicht crafting table. nix. zack. eins dürfte ausreichen. um das eisen durchzuschmelzen. ja. so. äh. du kommst wieder da rein. wo hab ich denn jetzt das eisen? das ist hier. jetzt haben wir hier wieder drei eisen. äh. nicht besonders hilfreich. so. ähm. ja. wir brauchen mal wieder. naja. welche. fackeln. dann. würde ich mal. vorschlagen. dass wir uns. craften. mhm. wo seid ihr. fackeln. ich würde gerne eine fackel craften. warum kann ich keine fackel craften. mhm. a natürlich. ich habe keine sticks. natürlich. ähm. so. so. ah nein. wir können natürlich sogar. äh. vier. fucking craften. beziehungsweise diese acht fackeln craften. äh. der Rest kommt wieder hier rein. so. es ist natürlich wieder nacht und wir gehen mal kurz schlafen. äh. so. ähm. ja. okay. ich würde gerne den chat erstmal löschen. danke. so. ihr kommt mal in meine offhand. so. ähm. da war rotten flash. will ich nicht. brauche ich nicht. mag ich nicht. kann ich denn. in. anderen. ihre sachen klauen. könnte ich natürlich. ähm. äh. pui. rotten flash. mag ich nicht. mag ich nicht. kann ruhig die spawnen. ähm. da haben wir. ein pferd. habt ihr denn nichts brauchbares hier. dämlichen villager. mhm. nein. nur betten. betten brauchen wir auch. aber jetzt nicht. hier ist irgendwo ein schwein. nein. ein schaf. nein. ein. etwas anders. ähm. da ist der eisengonum. ist er noch. bis auf mich. mhm. nein. zumal ich aktuell noch keine lava besitze. äh. würde ich allerdings ganz gerne haben wollen. so. das bedeutet ich. wie erstmal mit meiner picke. wieder. picken. ah. ha. mhm. doch. ich hätte mir jetzt ein lava heimer craften können. he he. auch aber nicht nur ein lava heimer. sondern auch ein was heimer. mhm. und schilder und. anderes zeugs. die und da und blub. die da du. die da du. ähm. hier sammeln erstmal material. jenn. hier war doch irgendwo. da war eisen. hier war kohle. hier. ist auch kohle. hier war nichts mehr. und hier war kohle. habe ich irgendwas habe ich irgendwas habe ich hier irgendwas drin das habe ich hier natürlich kann ich hiermit nicht wieder zurück skippen dafür habe ich ja meinen Bruchstein ich will nicht ich mache es trotzdem wie sich das dann abbauen gut ist er immer nur Spidey nein äh ok gibt es eine Möglichkeit das schneller abzubauen komm schon brauche ich ab da ist sie da ist sie hinten was ist eine Cave Spider oh je oh je ich brauche was zu essen das hier ist kein guter Ort um zu sterben ich mag euch Spiders nicht ja natürlich jetzt habe ich wieder eine Vergiftung ihr seid nervig ihr Cave Spiders das war meine letzte Karotte das war meine letzte Karotte und ich werde gleich sterben ich möchte nicht sterben könnte ich mich dann bitte zurückziehen danke ich brauche was zum Mampfen habe ich nicht dabei achso stimmt ja ultra nervig also weg so aber dafür haben wir jetzt Strings Yay wir haben Strings und können wieder zurück nach oben äh schauen wir mal kurz was haben wir jetzt Daylight Zero Skylight 11 mh ist keine Tag oder Nacht das das stand hier irgendwo mhm Day Four Difficulty nice steht hier nirgendwo aber es wird wahrscheinlich wieder nacht sein mhm nein zu weit am earthblock nein es ist noch Tag Aber nicht mehr lange, wenn wir uns nichts zum Waffen holen. Ähm, ja, sollte vielleicht weniger springen und mir was zum Futtern besorgen, aber hier irgendwo noch ein Steak. Gut, ich nehme erstmal das Steak, äh, Strings. Das Strings können wir volle craften, wenn ich mich da nicht vertue, oder? Ja, ich habe nur drei Strings für die. Hm, drei Strings können wir natürlich nichts craften. Äh, ein Amboss haben wir jetzt nicht. Mh, dafür aber wieder was zum Futtern. Und Strings, die wir looten können. Was wir tatsächlich jetzt auch tun. Ähm, buddel, 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 lauf, lauf, lauf. Okay, im Sneaken geht es nicht weiter ohne. Ähm, so. Erstmal waren hier nicht noch irgendwo anders Strings? Wahrscheinlich nicht. Doch, hier oben war noch String. Ich habe jetzt noch einen String, den ich abbauen möchte. Hier auch. So. Jetzt könnten wir uns zumindest schon mal ein bisschen wolle, äh, erwollen. Nein. Äh, nicht erwollen. Ich hätte ganz gerne mal ein Shield. Bitte sagt mir, dass ihr despawned seid. Nein. Throne. Draft ab und X. Hier ist ein Wunuspire. Hier ist ein Wunuspire. Hier ist ein Wunuspire. Oh, da ist ein Spawner. Ähm, verstehe. Deshalb ist hier so viel von den, äh, Strings. Ich baue jetzt allerdings ab. Äh, so. Allerdings werde ich nicht alle abbauen, weil da hinten der Spawner ist und das verlangsamt selbst diese Viecher. Au. Da oben. Okay. Ja, ich bin schon wieder gestorben. Ähm. Ja, wo geht's? Hier. Ich möchte gerne meine Items wiederhaben. Ginge das? Ich weiß, ich werde gleich vergiftet, aber ich hätte gerne dann doch meine Items wieder. Ähm. Ja. Ich glaube, ich bin nicht besonders gut in Survival. Ich hätte mich vielleicht zurückziehen sollen, als es noch ging. Aber egal. Dann wissen wir jetzt, wo ein, äh, Spider-Spawner ist. Und dass hier irgendwo ein Spider ist. Dass er denn genannte Identität, nein, Entität, ist, äh, verstorben. Was uns natürlich freut. Wenn das natürlich der Fall wäre. Äh, so. So. Erstmal. Zeug sortieren. Schwert. Okay. Da. 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 Äh. Spinnenauge. Essen. Okay. Halt. Hier sind noch Spiders. Wo? Oder ist die grad nachgespawnt? Irgendwo wird hier ne Spinner sein. Okay. Okay. Und hier können sie nicht kommen. Das heißt, die kommen von dem. Ich wusste es. auf mich zu beißen. Und. Stirb endlich. Nicht schon wieder. Nein. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Nein. Will nicht. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Höchstwahrscheinlich sterben. Ich will aber nicht sterben. Ich will aber nicht sterben. Also. Falls ihr es wissen wollt. Hier ist ein Case Spire. Spawner. So. Ähm. Schön, dass wir das jetzt auch wissen. Haben wir denn jetzt eigentlich genug Strings? Wir haben. Nicht genug Strings. Aber wir haben Strings. Immerhin. Hm. Ist denn. Ist denn. Ist denn. Ist denn. Ist denn. Ist denn. hier irgendwo noch. Creeper. Nein. 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 Lass mich in Ruhe. Nein. Nicht schon wieder. Ich bin schon wieder gestorben. ich verschwinde mir gerade auch lass mich in das bett schlafen in dem bett schlafen dass mich da schlafen gehen wir mal wieder hierhin bevor unsere items zerstört werden der creeper hat sich selber zerstört und uns mit in den tod gerissen was wir eigentlich nicht wollten aber egal so wir holen uns jetzt trotzdem unsere items die hier vermehrt rumlegen hier sollten keine items sein nein wir haben uns wieder okay dann anziehen 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 nicht anziehen brauchen wir gerade nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir brauchen wir brauchen wir und natürlich brauchen wir auch das erst mal was essen nein die fackeln wollte ich jetzt nicht platzieren aber hier ist ein creeper gespawnt oder hier war ein creeper gespawnt wie auch immer der es geschafft hat hier hoch zu kommen wahrscheinlich in der treppe da ist da ist und was habe ich da gerade gesehen egal ich habe okay jetzt hier ist noch mein chef ein dunkler 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 mein chef hier ist ein andermann und hoffe dass hier nichts nicht tötet Denn ich habe noch keinen Bogen oder sowas. Da bewegt sich irgendwas. Oder auch nicht. Das gefällt mir nicht. Wie der auch sei. Da war ein Enderman. Okay. Wir tun uns jetzt offiziell wieder verdennisieren, würde ich sagen. Vorher schauen wir aber noch hier drüben mal nach. Äh, hallo? Dürfte ich vielleicht... Nein, darf ich nicht. Äh, warum darf ich nicht? Jetzt darf ich nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir Kohle. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah. Nicht schon wieder. Hör auf. Hör auf. Du sollst mich in Ruhe lassen. Du sollst mich in Ruhe lassen. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Äh, nein. Oh, schon hat sie uns wieder gebissen. Oh. Genau. Okay, der Effekt hat wieder aufgehört. Ich sollte vielleicht aufhören, da zu dem Spawner hinzulaufen. Aber hier ist Eisen. Das brauchen wir unbedingt. Das brauchen wir unbedingt. Damit wir eine Iron Farm bauen können. Heißt, wir brauchen das, um eine Iron Golem Kill Station zu bauen. Und da nehmen wir mein Design für. Also ich greife da nicht auf das Design eines anderen zurück, sondern auf mein eigenes. So, ich weiß, die Folge dauert höchstwahrscheinlich wieder ewig. Und drei. Finde ich denn das Wahnsinn ist es als Baumaterial zu benutzen. So, äh, ich habe doch hier... Ja. So. So. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Von hier kann jetzt keines beides mehr kommen. Von hier kann jetzt keines beides mehr kommen. Das heißt, wir können nicht... Ernsthaft... Äh, warum droppe ich das ständig? So. Okay, erstmal die Schiene einsacken. Hier war wahrscheinlich noch eine Cave Spider. Okay. Äh, hier gibt's kein Eisen. Also interessiert es uns nicht. Hier ist Eisen. Eisen, 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 Eisen. Ich höre schon wieder was, was mir nicht gefällt. Da kann ich nicht hin. Okay. Äh, dann haben wir jetzt mehr oder minder, was wir wollen. Einten. Oder mich hier ganz langsam entlang. Möchte das Eisen da haben. Komm, gib, gib Papa Eisen. Gib mir das Eisen. Brav. Äh, so, ich ver... Denn ich seh mich mal wieder. Mh... Hätte wohl... Noch irgendwo hier... Nein! Eisen werde ich jetzt nicht benutzen. Ähm... So. Alter! Wie oft bin ich jetzt in dieser Folge gestorben? Viel zu oft. Ähm... Ich hol mir jetzt noch ganz fix, bevor es dunkel wird, meine Items zurück und dann beende ich die Folge. Hm... Wie oft sind wir jetzt in dieser Folge gestorben? Oder in den letzten zwei Folgen? Viel zu oft. Ich brauch besseres Equipment. Und vor allem mal Obsidiana und ein Enchanting Table und so und so. Ah... Vor allem... Ich... Weiß grad nicht, wo ich... hinwollte. Auch hier hin. Oder Creeper... Hier... Hier war... Hier waren die Spiders. Oder die Spidair. Weiß ja nichts. Ähm... Aber offenbar können Spinnen auch hier unten runter durch. Äh... Sollte vielleicht erstmal... Hier ab... Tünnen. Ja. Das... Äh... Mache ich jetzt. Mit... Bruch... Stein. So. Dann können die nämlich... Nirgendwo mal hoch. Also vielleicht hier, aber... In Jungs. Keine. Gut. Äh... Done. Wo ist meine Hose? Da. Meine Schuhe... Habe ich keine mehr. Wunder... 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 Schwert... Auf da... Das... Auf da... Das... Auf da... So... Ähm... Ja... Und ich habe ein Eisen. Das ist das Wichtigste. Gut. Dann... Würde ich mal... sagen... Ja, ich sage, ich habe mein Thumbnet für diese Folge, möglicherweise. Hier ist nichts, gut. Nein, nein. Ja, ähm, hier könnte durchaus wieder was spawnen, will ich nicht. So, okay. Wo hab ich jetzt ne Farbe gesetzt? Ah, hier ist noch, hier war noch Eisen. Nehmt das Eisen jetzt noch mit. Will das haben. Hä? Was? Zombie? Verschwinde? Nein. So, äh, brauche ich eigentlich nicht. Wo ist der jetzt gekommen? Irgendwo ist er gekommen. Wie dem auch sei, ich möchte immer noch dieses Eisen hier haben. Und meine Fackel hätte ich ganz gerne wieder. Danke. Ähm, wir sind überall Zombies. Äh, interessiert uns gerade sowas von gar nicht. Denn, wir verdennisieren uns jetzt wieder. Es gibt wahrscheinlich noch mehr zu looten, aber, hey. Warum eigentlich solche Eile? So. Wir könnten uns wahrscheinlich ne Full Iron Rüstung craften. Schön wär's natürlich. Äh, ja. Erstmal gehen wir nach Hause und, wir sollten vielleicht, äh, mal ein bisschen Kohl im Ofen lassen. Und das brauchen wir eigentlich nicht. Nein, ich brauche euch. Aber, äh, das hier will ich nicht haben. Tschüss. Verschwinde. So, äh, meins. So. Die zwei brauche ich noch. Äh, wie ist was? Put. Und Cola hätte ich jetzt gerne. Kannst du verschwinden? Danke. Schmeiß jetzt einfach meine ganze Kohle hier rein. So. Wie viele Truhen können wir denn machen? Moment, wir haben doch hier Eisen drin. Eisen ist hier. Wir haben drei Eisen. Wir haben vier Eisen. Wir haben vier Eisen. Aus vier Eisen können wir einmal Schuhe craften. Die wir auch direkt anziehen werden. Äh, ne. Könnte. Alter. Ihn heft mich so hart. Lauf einfach einmal vorbei. Klar. Ein doofer Villager. So, äh. Wie viel brauchen wir denn für ne Chestplate? Äh. Moment. Dafür brauchen wir drei. Sechs. Acht. gut. Wir haben neunzehn. Das heißt, die eine Hälfte haben wir schon mal. Na komm. Na komm. Fünf. Na komm. Auf ihn. Sind wir schon sechs. Zwei brauchen wir noch. Ich weiß, die Folge ist ziemlich lang. So, äh. So, äh. Falls ihr irgendwelches Gelächter im Hintergrund hört, das ist meine allzu langweilige nette Familie, die so unglaublich gerne leise isst. Achtung. Das war Sarkasmus. Äh. Ich erkenne das Ding. Ich weiß, es sieht so aus, als ob ich mein ganzes Eisen verkrafte. Aber. Ähm. Ich mach's. Weil ich es will. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. So. Äh. Wir brauchen eigentlich nur noch ne Hose zu craften. Wie craftet man... Wie? Nein. 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 Hose, Hose. Was? Hose. Hose, Hose, Hose. Craftet man. Wie? Zum Hänger crafte ich eine Hose? Ähm. Umgekehrt. Wäre ich das schon für ne Hose? Müsste es eigentlich. Nein. Eins fehlt noch. Das heißt, man braucht Sägen für eine Hose. Und da haben wir eine Hose. Äh. Da. Habe ich jetzt mal ein halbes Eisen dafür verkraftet? Habe ich. Äh. Diese Hose ziehen wir allerdings direkt schon mal an. Und vielleicht sollte ich meinen Helm reparieren. Ich hätte gern ein komplettes Set an Gegenständen. Okay. Ach komm schon. Kann ich... Geht nicht. Okay. Ich muss ein... Nein. Hier gibt's kein Schmied. Äh. Mist. Ich kann mein Helm nicht reparieren. Äh. Dann drüben. Dann drüben. Dann drüben. Äh. Habe ich schon angezogen. Brauche ich aber nicht. Ähm. Erstmal die Sachen hier vereisen. vereisen. Nennen. 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 Lass mal das Eisen hier. Sich klären. So. Ich glaube nicht, dass wir genug Eisen haben, um uns zu craften, was wir craften wollten. So. Wir haben jetzt einen Haufen Eisen. Eine Eisenjetplate. Und damit sage ich dann mal bis zum nächsten Part und ciao Leute. Untertitelung. 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 Bis zum nächsten Mal.